Dieser Code-Interpreter, der kann eben auf Basis unserer Texteingaben, unserer Wünsche, kann der ein Python generieren und was kann man damit machen? Zum Beispiel eben Text-to-Image oder auch sowas wie Code. Und da ist er wahrscheinlich sehr stark oder auch im Bereich Analyse. Episode 104 ist für alle Chat-GPT-Anhänger da draußen ganz besonders was. Und jetzt kurz zuhören, damit du weißt, wovon wir reden. Also nicht nur kurz, sondern am besten lang. Aber ich hole dich mal ganz kurz schnell ab. Und zwar, wir sprechen über den Code-Interpreter. Und den kannst du aktivieren, wenn du die Bezahlversion von Chat-GPT hast. Also, wenn du derzeit nichts für Chat-GPT bezahlst, dann musst du vielleicht zuhören und dir überlegen, ob es für dich eine Investition wert wäre. Aber versuch nicht verzweifelt, das zu suchen, wovon wir gerade reden. Weil das wirst du nicht finden, solange du nicht die Bezahlversion hast. So, Noten, vorweg geschickt. Aber wir starten jetzt zum Thema Code-Interpreter. Und jetzt gleich nochmal so ein kleiner Alert. Nicht abschalten, wenn du denkst, ich habe überhaupt nichts mit Daten zu tun. Das brauche ich nicht. Nein, es geht hier nicht nur um Code, sondern wir schauen uns heute jede Menge Anwendungsfälle quer durch die Online-Marketing-Welt an. Und deswegen lohnt es sich, dabei zu sein und uns zuzuhören. Wer ist jetzt eigentlich uns? Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin-Hennessen. Und mit mir hier ist der Patrick. Erwischt. Und ich freue mich sehr auf diese Runde. Denn wir sprechen hier über ein relativ neues Feature von Chat-GPT. Und das uns unglaublich die Arbeit erleichtert. Deswegen, Sarah, ich bin bei dir. Bleib bitte nicht bei dem Wort Code hängen, sondern hört jetzt zu. Wir packen auch einfach mal als Goodies und schalte ich jetzt einfach mal so die Dateiformate, die der Code-Interpreter unterstützt. Da werdet ihr mal schnell sehen. Es geht eben nicht nur um die CSV-Datei, sondern es geht auch um Bilddateien, Videodateien. Und glaubt mir, wo ihr drei Stunden gebraucht hättet, braucht ihr hier nur noch, Sarah, lass mich jetzt nicht untertreiben. Aber das ist dann schnell mit einer halben Stunde Arbeit tatsächlich gelöst. Und das sollte es euch mehr als wert sein. Und im ersten Aufschlag halbe Stunde. Dann, wenn du das repetitiv machst, dann zehn Minuten. Das erste ausprobieren, halbe Stunde. Und dann fängt es an, so richtig Spaß zu machen. Aber richtig Spaß macht es auch erfahrungsgemäß mit unserem Gast, den wir heute zum mehrfachsten Male schon bei uns haben. Er kennt sich quasi hier schon richtig gut aus. Und der liebe Alexander, Alexander, stell dich doch allen, die vielleicht tatsächlich, oh mein Gott, die Episoden vorher mit dir verpasst haben, stell dich doch mal bitte vor. Und ich klaue dem Patrick jetzt einfach mal seinen Standardsatz. Erzähl uns, wer du bist und was du tust und warum liebst du, was du tust. Also muss ich auch jetzt gleich so anfangen. Hallo und Alexander, ich mache seit 30 Jahren das ganze Thema Internet. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der 121 Watt. Und seit jetzt Anfang 2000 bin ich so im digitalen Marketing mit dem Schwerpunkt SEO. Auf der einen Seite mit dem Schwerpunkt Google Analytics. Und jetzt eben auch schon seit geraumer Zeit, so seit, ich habe mal jetzt letztens nachgeguckt, seit 2021 eigentlich mit diesen ganzen Modellen unterwegs. Das ging damals los mit so Tools wie Jarvis oder Ridesonic. Und jetzt natürlich seit November sehr intensiv mit JetGPT und seit Juli mit dem Code Interpreter. Wie würdest du den definieren? Ja, ich glaube, dass, also ihr habt das ja richtig in der Einleitung gesagt, das ist ein wahnsinnig neues Tool. Das gibt es jetzt erst seit Anfang Juli. Und wir tasten uns ja alle so ein bisschen nach vorne, was der überhaupt kann. Aber grundsätzlich ist er eigentlich wie die Plugins. Also du brauchst auch, wie ihr das schon sagtet, diesen Plus-Account. Und das ist, und jetzt ohne so zu technisch zu werden, und wir verlassen da auch so ein bisschen unsere Komfortzone, aber es ist eigentlich ein Python Interpreted. Also Python ist ja so eine Programmiersprache, insbesondere so im Bereich Machine Learning. Aber das Interessante ist, dieser Code Interpreter, der kann eben auf Basis unserer Texteingaben, unserer Wünsche, kann der ein Python generieren. Und was kann man damit machen? Zum Beispiel eben Text-to-Image oder auch sowas wie Code. Und da ist er wahrscheinlich sehr stark. Oder auch im Bereich Analyse. Das sind so oft diese Anwendungsfälle, was dann vielleicht oft Datenanalysten machen. Und mir ist eine Sache eingefallen, das hattet ihr so in der Einleitung gesagt, da sagtet ihr, naja, man kann ja viele Sachen reduzieren. Ja, wofür man drei Stunden gebraucht hat, eine halbe Stunde. Ich glaube, es gibt immer noch so einen zweiten Aspekt. Und der heißt, man kann plötzlich Dinge, die man davor nicht konnte. Nicht nur Dinge, die man kann und die schneller zu machen, sondern sagen, oh, da gab es Dinge, die konnte ich nie und die kann ich plötzlich. Und das finde ich so, ich finde beide Aspekte total wichtig. Aber ich liebe eigentlich den zweiten Aspekt, weil ich so oft ratlos vor bestimmten Dingen stand und sage, man, wie macht man das? Und die kann ich jetzt machen. Absolut. Und da, wir würden jetzt in dieser Episode einfach mal voraussetzen, dass wir auch durch unseren vorhergegangenen didaktischen Lehrauftrag in diesem Format schon mal ein Bewusstsein dafür geschaffen haben, was sind eigentlich unstrukturierte Prompts versus strukturierte Prompts. Das heißt, wie kann man jetzt tatsächlich eine solche Befehlszeile auch im Code Interpreter ausführen letztendlich? Was, glaube ich, dann ganz spannend ist, Sarah, da hast du eine natürlich geniale Idee, dass wir das ja alles greifbar machen. Das heißt, wir machen jetzt die Tür auf, betreten ein Online-Marketing-Office mit den jeweiligen Teams im Web-Analyse, Content-Marketing, SEO-Bereich zum Beispiel. Und was sind denn tatsächlich dort die Aufgaben, die man mit diesem Tool dann entsprechend lösen kann? Genau, so machen wir es. Und ich würde sagen, wir steigen so ein bisschen kreativ ein. Ich drängel mich mit meinem Content-Marketing jetzt mal so ein bisschen vor. Und dem Content-Marketing angeschlossen ist ja häufig auch das Video-Format. Wir sprechen jetzt mal von YouTube. Und du gehst jetzt zu einem meiner KollegInnen an den Schreibtisch, die vornehmlich dafür unser YouTube-Marketing verantwortlich sind. Und ich drehe mich jetzt in dieser Situation um und sage zu dir, hey Alexander, hast du irgendwie einen coolen Case zum Thema YouTube, YouTube-Daten, den ich mit dem Code-Interpreter mal ausprobieren sollte? Also ich finde ja spannend, wenn ihr jetzt irgendwie da draußen einen YouTube-Kanal habt. Und es gibt ja diese eigenen YouTube-Analytics. Und die waren gefühlt auch immer so ein bisschen stiefmütterlich. Also jedenfalls manchmal bei uns. Ich weiß nicht, wie ihr da so reinguckt. Aber es gibt unglaublich wertvolle Informationen da. Zum Beispiel welche Videos, wie viele Abonnenten, beziehungsweise wie viele Aufrufe, aber auch welche Videos führen vielleicht zu mehr Abonnenten. Und durch welche Videos hat man vielleicht Abonnenten verloren. Was ist die gesamte Wiedergabezeit? Und das sind ja alles wertvolle Informationen. Und so für mich so ein sehr konkreter Fall ist, einfach mal ihr geht bei euch in euren YouTube-Kanal, in die Analyse rein, ladet euch die Daten mal runter und analysiert die zum Beispiel nach, was waren meine zehn erfolgreichsten Videos. Und das vielleicht dann einfach mal mit verschiedenen Fragestellungen, zum Beispiel nach Anzahl der Aufrufe, aber vielleicht auch sowas wie nach der gesamten Wiedergabezeit. Und das wäre so für mich ein sehr einfacher, aber ein sehr schöner Anwendungsfall, weil das Starke ist eben, dass man in dem Code-Interpreter Daten hochladen kann. Das heißt, ich kann... Und das halt, ja. Sorry, nur zum Verständnis. Das heißt, in meinem YouTube-Analyse-Bereich kann ich das runterladen als CSV-Datei und die Datei lade ich mir einfach runter mit meinen Daten zu den Videos, zu dem Zeitraum, den ich mir ausgesucht habe. Das lade ich hoch in den Code-Interpreter bei ChatGPT und dann kann ich mit ChatGPT zusammen an meinen Daten arbeiten und meine Daten zusammen analysieren. Verstehe ich das so richtig? Genau. Der schöne Weg ist jetzt erstmal, du lädst die Daten runter und dann würdest du in einem ersten Schritt deine Datei hochladen und in einem zweiten Schritt würdest du irgendeinen Prompt definieren. Das habt ihr, glaube ich, in der Sendung davor gemacht, wie man das jetzt so im Detail machen würde, wie wichtig vielleicht eine Rolle ist und all diese Aspekte, dass der ein bisschen Struktur hat. Und das gilt natürlich analog gleich. Nur, dass er sofort weiß, was er eigentlich tun soll und sagt, okay, ich bin hier mal dein Analyse-Profi, der dir zur Seite steht und du startest dann eben sofort mit einer Analyse. Aber jetzt kommt das Schöne. Und ich weiß nicht, wie euch das da geht, aber ich bin oft auch manchmal in solchen Analysen gescheitert, weil irgendwie die Formate nicht gepasst haben. Ja, dann war die Zeit irgendwie falsch und ich habe das einfach nicht zusammenbekommen. Und macht doch einfach mal diesen Test. Ihr geht bei euch in YouTube Analytics, ladet euch das rechts oben, ist das, glaube ich, Export, ladet dann diese Daten hoch und selbst wenn die im falschen Format sind, dann fängt der Code-Interpreter sofort an zu sagen, ah, Moment, Sarah, das ist nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich formatiere dir das mal kurz um, ohne dass du eine Anweisung geben musst, sondern er bereinigt sofort selbstständig die Daten. Und das ist oft, wenn man allgemein mit Daten arbeitet, beschäftigt man sich oft 90 Prozent mit Datenklempnerei, irgendwie die in ein Format zu bringen, um die später auswertbar zu machen. Das ist ganz spannend. Das Phänomen habe ich auch immer wieder bei PDF-Dokumenten. Also Sarah, wenn wir jetzt in der Abteilung Content-Marketing bleiben und es geht derzeit um entsprechende Marktanalysen, Wettbewerbsanalysen, die vielleicht auch schon vom Kunden zum Beispiel vorgelegt wurden, dann lädst du das PDF hoch und dann kriegst du das Feedback, dass es nicht auslesbar ist, weil es halt entsprechend nicht erkannt werden kann. Und da empfiehlt dann tatsächlich der Code-Interpreter von sich aus, ja bitte, dann führ das Ganze doch nochmal bitte durch ein sogenanntes Online-OCR-Tool. Also OCR, ich muss jetzt selber gerade luschen, steht für Optical Character Recognition. Und wenn das PDF da nochmal durchgejagt wurde, also konvertiert wurde, dann hast du die Möglichkeit, da wieder den gesamten PDF-Inhalt richtig auszulesen. Wie als ob es ein Word-Dokument wäre. Das Schöne ist, die Technologie OCR gibt es ja schon relativ lange. Das hat man ja dann oft zum, keine Ahnung, Einlesen von Dokumenten genommen und sagen, ah, guck mal, die können wir vielleicht in irgendwas Verarbeitbares in Text umwandeln. Aber das ist halt irgendwie eine Seitentechnologie, die ja eigentlich so direkt, ich wüsste jetzt gar kein direktes Tool mit, wo ich sage, ach, ich lade mal PDF hoch und mache mir daraus eine Tabelle zum Beispiel. Total, total. Ja. Und das ist ja so ein Beispiel, was ich anfangs meinte, wo ich halt unglaublich viel Zeit sparen kann. Ich hatte erst letztens den Case, wo dann relativ aufwendig Kernbotschaften, Zielvorgaben für eine Marketingkampagne ausgearbeitet wurden. Und da kannst du dann, also gerade dieser Summarize-Respekt ist beim Code-Interpreter super spannend. Nicht nur Summarize, Xander, was du meintest, auch in einer visuellen Datenaufbereitung zum Beispiel, sondern auch einfach tatsächlich Informationen nochmal knackig runter zu stampfen. Und auch wieder die Interpretation, was wir damit anfangen können, von weiteren Inhalten für ein Newsletter bis hin auch zum LinkedIn-Post zum Beispiel, und natürlich für die eigene strategische Arbeitssache im Content-Marketing, ist das halt unglaublich wertvoll. Ja, machen sich einfach halt so ganz neue Welten, gehen da nochmal auf, weil ich kann halt auch diese klassischen Prompts, die ich vom ganz normalen, in Anführungszeichen, Chat-GPT kenne, damit kann ich ja dann auch arbeiten. Es ist einfach nur, Chat-GPT hat vor allem durch diese PDF-Variante zum Beispiel viel besseren Zugang zu einem neuen riesigen Datenschatz, den du dann in altbekannter Manie analysieren, für dich anwenden, zusammenfassen, strukturieren, was auch immer alles kannst. Und das ist natürlich dann schon ganz großartig. Vielleicht noch so zum Abschluss, bevor wir das Büro des Content-Marketings verlassen und ins nächste Büro gehen. Ich fand jetzt die Frage sehr spannend, Alexander, bei der du gesagt hast, ja, wir schauen uns diese YouTube-Videos mal an, nach welches Video die meisten Abonnenten gebracht hat. Und da, glaube ich, sind wir genau bei dem, wie wir im Content-Marketing arbeiten sollten. Was willst du denn mit deinem YouTube-Kanal? Was willst du erreichen? Und vielleicht fragst du dann einfach mal nach und sagst, welches der Videos hat zum Beispiel für mich die größte Reichweite, die meisten Abonnenten? Welches hat die längste View-Dauer? Da so mal ein bisschen reinfragen, entsprechend deiner Ziele. Das ist ja das Spannende. Wo willst du hin mit deinem YouTube-Kanal? Und dann lad das Ganze doch mal hoch und fragt ChatGPT ganz einfach, du, welches meiner Videos erreicht denn meine gesetzten Ziele am ehesten? Dann hast du nämlich einen Rückschluss darauf, welche Art von Video erfüllt deine Content-Marketing-Ziele am allerbesten? Und klar, mit ein bisschen Mühe und ein bisschen Fantasie kriegen wir das auch ohne ChatGPT hin vielleicht. Aber mit geht es halt viel, viel schneller. Und das ist das Schöne. So, und jetzt hat unser Content-Marketing-Manager jede Menge Ideen uns zu tun. Und wir gehen ins nächste Büro. Und ich glaube, der Patrick darf sich jetzt aussuchen, wessen Büro wir zunächst als nächstes betreten in unserer Fantasie-Online-Marketing-Abteilung. Ja, da bin ich natürlich jetzt geframed. Ich möchte gerne mit Xander in das SEO-Office jetzt gerne gehen. Okay, eins der, natürlich mit der spannendsten, also Content super und Social super, aber wir würden es mal natürlich von vornherein wahrscheinlich sagen, ist ganz toll, weil wir da halt eine lange Historie haben, wie das halt immer so ist. Touché, absolut. Was soll man es denn angucken? Ich würde vorschlagen, dass wir zum Beispiel jetzt vor der Search-Konsole sitzen. Ja. Wir sitzen vor der Search-Konsole und wollen jetzt dort mal, wie Sarah auch gerade meinte, wirklich diese Daten zusammenführen und Handlungen daraus ableiten. Ja, also vielleicht da so einen ersten Gesichtspunkt, also das Schöne an dem Code-Interpreter ist ja, der kann wahnsinnig gut Daten verarbeiten. Also müssen wir uns eigentlich fast im ersten Schritt mal so auf die Suche machen, wo haben wir denn überall Daten zur Verfügung. Und ihr müsstet eigentlich sofort sagen, oh, guck mal, ich habe hier 10, ach hier, also immer, wenn irgendwo Export steht, dann ist es ein Kandidat für den Code-Interpreter. Und das hatten wir jetzt gerade hier zum Thema YouTube, aber ihr könnt Daten noch exportieren in Analytics. Ihr könnt Daten exportieren in der Search-Konsole. Ihr könnt Daten in solchen Tools wie Screaming Frog. Also überall gibt es so CSV-Dateien und das wäre sozusagen der Rohstoff. Deswegen würde ich mich erst mal immer so auf die Suche nach dem Rohstoff machen, aber die Search-Konsole ist natürlich super. Und ich habe noch mal ein bisschen getestet, weil das ist ja alles so neu, unmittelbar, bevor wir hier gesprochen hatten. Und habe gedacht, ach, die Search-Konsole ist natürlich auch so ein Kandidat. Vielleicht mit einer ganz kleinen Einschränkung. Chat-GPT kann unter Umständen ja unsere Daten zum Training ihrer Modelle nutzen. Deswegen würde ich da immer erst mal so selber mal ganz kurz überlegen und sagen, welche Art von Daten möchte ich hochladen? Und ich finde, wir hatten davor schon so über YouTube-Analytics-Daten geredet. Ja, das sind eure Daten. Und das müsst ihr beurteilen, ob ihr das wollt. Ich finde die jetzt nicht hochgefährlich. Ähnlich wie Search-Konsole-Daten, weil da haben auch vielleicht nicht direkt andere Unternehmen drauf Zugriff, aber mindestens Google kann da auch mal reingucken. Vielleicht da aber erst mal ein kleiner Tipp. Es gibt eine Plattform, und das ist vielleicht ganz interessant. Vielleicht sagt ihr bei euch, ihr habt echt Probleme mit solchen Daten hochzuladen. Aber diese Plattform, die heißt Kaggle, also Konrad, Anton, Gustav, Gustav, Ludwig, Emil. Und da kann man sich Daten runterladen. Da kann man sich Analytics-Daten, Search-Konsole-Daten einfach runterladen, manche von Netflix aus ganz vielen Daten quälen. Und da kann man dann schon mal damit rumtesten. Und das finde ich mal erst mal einen guten Ansatz, weil vielleicht wollt ihr das nicht, mit euren eigenen Daten zu arbeiten. Was ihr auf keinen Fall hochladen würdet, wären nebenbei CRM-Daten. Ja, alles, was Personal Identifiable, irgendwo, wo Personen identifizierbare Daten oder eure Geschäftsgeheimnisse auf keinen Fall hochladen. Aber Search-Konsole müsst ihr selber mal überprüfen. Wenn nicht, Kaggle, einfach andere Datensätze, mit denen mal arbeiten und dann mal überlegen, was man machen könnte im Unternehmen. Genau. Und vielleicht, um den Schlaf noch ein bisschen ruhiger zu gestalten, weiß natürlich nie, wie sehr man seine Datenkontrolle dann wirklich abgibt. Aber man hätte auch die Möglichkeit, unter den Einstellungen, also wenn man links unten in die Navigation geht, in JetGPT, auf die drei Punkte Settings und Beta, da habt ihr da Data Controls. Und da könnt ihr auch zum Beispiel dann deaktivieren, dass die Daten Teil der Historie- und Trainingsdatensets von OpenAI werden. Genau, aber es löscht, glaube ich, auch parallel eure Chat-Historie. Die Chat-Historie, ja, ganz genau. Das ist immer so vielleicht die Downside, wo man sagt, ah, ich möchte die mir abspeichern. Ja, ganz genau. Also das muss man nur wissen. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit über die API, aber das machen wir mal für ein getrenntes. Ja, klar. Für ein getrenntes. So, jetzt waren wir bei der Search-Konsole. Und die Search-Konsole ist natürlich an sich interessant, weil es wahnsinnig wertvolle Daten gibt, immer natürlich mit dieser 16-Monats-Begrenzung. Das wissen alle SEOs. Und mit der Begrenzung 1000 Zeilen. Das sind erstmal so die zwei Begrenzungen. Aber was ich getestet habe, und wo ich immer Schwierigkeiten hatte, war, also, ich lade mir die Daten erstmal runter aus der Search-Konsole, lade die dann in den Code-Interpreter hoch und sage, ich hätte gern mal eine Analyse, beispielsweise nach Monaten, Quartalen und Halbjahren. Ich möchte wissen, wie wir uns in Richtung Impressionen und in Richtung Klicks und zum Beispiel CTR und Positionen entwickelt haben. Weil die Daten, wie sie sonst in der Search-Konsole zur Verfügung stehen, sind einfach nach Tagen sortiert. Und dann fangt ihr halt eben selber an, genau diese Zusammenstellung zu machen. Und das wäre so der erste Ansatz. Einfach mal sagen, zeitliche Dimensionen sind immer spannend. Man kann aber auch andere Sachen machen. Und zum Beispiel ChatGPT sagen, pass auf, wir haben jetzt die Daten aus der Search-Konsole, wir haben die mal analysiert und ich habe Folgendes, am 17. März 2023 hat Google das Core-Update ausgerollt. Kannst du mal analysieren, ob ich davon betroffen war? Und ich habe das davor getestet und ChatGPT hat gesagt, mit dem Code-Interpreter, ja klar, kann ich das machen. Ich habe dann mal hier die Daten. Ah, ich habe gemerkt, vielleicht ist es besser, wenn, das war wahrscheinlich über einen Zeitraum, ich nehme mal so eine Woche danach, also nach dem 17. März, ich nehme zum Beispiel den 18. bis 25. und vergleiche das mit 15. bis 8. Das macht ja mehr Sinn. Und das sind so Dinge, wo man sagt, ach krass, ja, ja klar, macht ja total Sinn. Und das hat ChatGPT in dem Fall mit dem Code-Interpreter total selbstständig analysiert. Ich habe nur gesagt, am 17. März 2023 war der Core-Update, probier doch mal aus, ob wir irgendwie Fluktuationen, Impressionen oder Klicks hatten. Und da bin ich natürlich jetzt neugierig, Xander. Der Prompt war tatsächlich einfach, inwiefern wir davon betroffen sind. Das heißt, du hast nicht vorgegeben, aus welchen Daten man das ableiten könnte. Nee, ich habe, ich gucke es noch mal ganz kurz nach, weil ich es wirklich unmittelbar vorgemacht hatte. Und mein Prompt hieß, ich mache alles auf Englisch im Augenblick, ohne jetzt ganz genau zu wissen, aber mein Gefühl sagt, das funktioniert vielleicht ein bisschen besser. Aber ich habe im Prinzip übersetzt gesagt, am 17. März 2023 hat Google das Core-Update ausgerollt. Siehst du irgendwelche Auswirkungen in den Daten? Wow. Spannend. Also wirklich nur, es gab ein Google-Update, Auswirkungen. Und wieder aufgrund der Trainingsdaten, die entsprechend hinterlegt sind, wusste er, okay, ich müsste mal so Traffic-Entwicklung, gewisse Muster angucken und das interpretieren. Und die Antwort hieß, okay, pass auf, ich mache Folgendes, ich visualisiere mal die Daten um diesen Zeitraum rum und vergleiche mal die wesentlichen Metriken wie Klicks, Impressionen, CTR. Und dann erklären sie das, was passiert ist. Und dann hat er gesagt, okay, ich habe noch nichts Großes gesehen. Und das war alles selbstständig. Aber ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe mal einen Vergleich der wesentlichen Metriken zwei Wochen vor und zwei Wochen nach dem Update noch mal vorgenommen. Das habe ich nicht eingegeben. Das wurde sozusagen selbstständig erledigt. Und ich gucke gerade, wir hatten aber keine Auswirkungen vom Core-Update bei uns. Ja. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auch der Christoph Röck, auch von 121 Watt bei uns. Und da haben wir auch drüber gesprochen, über seine These ist ja, dass Prompting immer unwichtiger werden wird. Weil die KI eben KI irgendwann auch besser verstehen wird, was wir Menschen meinen. Und das finde ich jetzt ein super Beispiel gerade, auf was für einem Weg wir da sind. Dass ich nicht mehr sagen muss, vergleiche diese und jene Daten auf Basis von im Zeitraum, von sowieso und überhaupt. Sondern ich sage im Prinzip, da müsste was sein. Kannst du mal gucken, ob da was ist. Ohne das was besser zu definieren. Das finde ich schon erstaunlich, wie weit wir da jetzt schon sind. Ja, ich glaube, das sind ja eigentlich drei Aspekte. Der eine Aspekt, und das ist jetzt mal ein bisschen genereller Abseits von Code Interpreter, ist ja, welche Fragen stelle ich? Der zweite Aspekt ist, wie stelle ich Fragen richtig? Ja, das wäre für mich so das Prompting-Thema. Und danach, das dritte Thema ist, kann ich eigentlich beurteilen, was der Output ist? Und ich glaube, da bin ich auch beim Christoph, dass diese Nummer zwei, das wird in Zukunft weniger wichtig werden. Aber was natürlich wahnsinnig wichtig ist, ist die richtigen Fragen zu stellen. Deswegen haben wir da wieder ein Tool, was super ist, aber trotzdem müssen wir zwei Dinge. Wir müssen immer noch die richtigen Fragen stellen und müssen wissen, dass es ein Core-Update gab. Und danach müssen wir beurteilen, ob die Antwort, die wir bekommen haben, sinnhaftig ist. Das ist, finde ich, so wichtig, was du gerade sagst. Das ist eben genau diese Angst, die ja jetzt immer so ein bisschen so im Raum schwebt. So, macht mir ChatGPT, KI, meinen Job streitig? Und da ist halt einfach, solange du weißt, wie du mit KI in Zukunft arbeiten wirst und arbeiten kannst, wie du KI für dich nutzt, brauchst du dir, um deinen Job nicht so viele Sorgen zu machen, wenn du die Augen zumachst und sagst, da ist keine KI und ich muss mich nicht drum kümmern, dann könnte es in absehbarer Zeit irgendwann mal kritisch werden. Weil genau das, was du sagst, Alexander, dass ich muss ja am Ende immer noch beantworten können, ist der Output denn valide oder ist ChatGPT jetzt, warum auch immer, aus irgendeinem Grund total falsch abgebogen? Und ich hatte da einen schönen Beispiel-Case. Ich habe mich so ein bisschen in die Wettbewerbsanalyse eingearbeitet und wir waren beim Thema SEA und eine Google-Ads-Kampagne. Und dann habe ich mir eine Google-Ads-Kampagne strukturieren lassen und habe gesagt, okay, und jetzt hätte ich gerne eine Budget-Empfehlung unter der Annahme, dass mein Warenkorbwert in der Regel die und die Höhe hat und ich in der Regel eine Conversion-Rate von so und so viel habe. Und dann war bei einem der Versuche die Antwort, wenn wir davon ausgehen, dass du eine Conversion pro Tag erreichen willst, dann wäre die Budget-Empfehlung XY. Wenn ich das jetzt nehme und in meine Präse packe und ohne darüber nachzudenken und das meinem Geschäftsführer zeigt, dann würde mich der nämlich genau das fragen. Warum, in Gottes Namen, willst du nur eine Conversion pro Tag erreichen? Da ist einfach irgendwo falsch abgebogen worden. Und wenn ich keine Ahnung habe, ich meine, das war jetzt ein sehr offensichtlicher Fehler, aber da gibt es auch wenige offensichtliche Fehler. Wenn mir das nicht auffällt, dann kann ich noch so gut mit KI arbeiten. Wenn ich von meinem Handwerk nichts verstehe, habe ich ein Problem. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das, glaube ich, war jetzt bei dir Nummer drei. Wir müssen die Antworten interpretieren können als wichtiges Element, dass uns das halt auch erhalten bleibt. Absolut. Dass ich halt im SEO, und wir sind natürlich ein agiles Unternehmen, das heißt Content-Marketing, Sarah und SEO-Team reden natürlich miteinander. Was ich da auch ganz schön finde, dass man auch zum Beispiel geplanten Content nochmal aus SEO-Sicht gut lektorieren kann. Wir können sozusagen die erstellten Inhalte auch nochmal hochladen und dann zum Beispiel auch nochmal eine Wortstatistik ausfordern. Oder auch das nochmal für, ich gebe ja immer ganz gerne JoFix-Argumente mit, und diese Wortwolke auch visualisieren dann tatsächlich. Das heißt, da haben wir auch entsprechende Möglichkeiten, das Ganze semantisch auch nochmal auseinandernehmen zu lassen. Was bei mir auch gerade mitschwingt, Xander, das sollten wir eigentlich, glaube ich, auch jetzt Zitat hier relativ prominent reinsetzen. Überall, wo Export steht, wird es spannend, diese mal durch einen Code-Interpreter zu jagen. Das fände ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Es ist natürlich alles noch viel, viel experimentieren, aber super charmant, was dann dort möglich ist. Ich wollte da vielleicht jetzt nochmal so einen kleinen Pro-Tipp geben, weil ihr werdet feststellen, also es gibt ja unglaubliches Interesse an dem ganzen Thema SEO, aber ich habe ja den einen Tipp gegeben mit Kaggle, das ist super externe Datenquellen, einfach mal testen, bevor man es auf die eigenen Daten loslässt. Wer weiß, ob es da Vorbehalte gibt. Aber der zweite Tipp ist, das mit dem Export ist super, das hat so einen ganz kleinen Nachteil in der Search-Konsole, so wie die Search-Konsole arbeitet, erst mal 1000 Zeilen. Das heißt, wir haben limitierte Daten. Und das zweite ist, die Art und Weise, wie die Search-Konsole das runterlädt, ist eigentlich in sechs verschiedene Dateien. Also in der einen Datei stehen dir deine ganzen URLs, mit Klicks, Impressionen und all diesen Metriken. In der anderen steht dir dann Deutschland, Österreich, Schweiz, wo du eben präsent bist. Das kann man nur nicht zusammenfügen, weil es gibt nichts, wo man Schlüssel hat. Aber kleinen Tipp dazu, das ist jetzt aber wirklich so ein Pro-Tipp, holt euch doch zum Beispiel in Google Drive, gibt es eine Erweiterung, die heißt Search Analytics for Sheets. Und in diesem Search Analytics for Sheets kann man dann eben Zugriff auf die API haben von der Search-Konsole. Das sind 25.000 Zeilen und du kriegst alle Daten zusammen. Und damit kannst du eben deine Zuschneidung machen und sagen, ich möchte mal wissen, wie gut meine Blogartikel von mir aus in Österreich auf mobilen Geräten funktionieren. Und das geht in der Search-Konsole nicht, aber das geht über die API und das ist natürlich super. Und jetzt seit zwei, Achtung, ihr müsst mir sagen, soweit ich davon galoppiere, weil ich das so ein großartiges Tool finde, aber seit jetzt ungefähr anderthalb Wochen, circa, kann man eben auch mehr als eine Datei hochladen. Also davor konnte man nur ein Spreadsheet, eine CSV-Datei beispielsweise hochladen. Das ist jetzt aber aufgehoben worden, das heißt, ich kann jetzt parallel zum Beispiel zwei hochladen. Wenn man darüber nachdenkt, könnte man jetzt mal testen, vielleicht mal für euch und sagt, euch holen wir mal Search-Konsole-Daten und aus Systrix-Daten und kombiniere die und sag, pass auf, wir haben die URL, ja, die haben wir gleich, kannst du mir mal folgende Analysen machen? Fantastisch. Also die wirklich dann zusammenfinden und das ist, wer das schon mal probiert hat, daran können auch Datenanalysten echt lange sitzen, bevor sie aus verschiedenen Datentöpfen Daten kombinieren können. Und das finde ich super, das gibt es eben seit ein paar Tagen erst diese Funktion, mehrere Sheets hochladen. Aber die Begrenzungen sind 100 MB, aber das ist schon ganz umfangreich. Das ist sehr umfangreich. Spannend. Hast du da auch für uns einen Tipp, gerade die Möglichkeit, dann auch mehr als eine Datei hochzuladen? Verfolgst du da regelmäßig den Change-Log von OpenAI insgesamt? Oder ist das dein Ex-Feed, jemals Twitter-Feed, wo du dich auf dem Laufenden hältst? Genau. Also es ist, jetzt mal grundsätzlich, ich mache ja auch GA4 und ich habe mir eins angewöhnt, es gibt so einen What's New, ja? Es gibt so einen What's New Link und den habe ich mir sofort gebuckmarkt, weil auch in GA4 unglaublich viel Neues dazu kommt, ja? Dito habe ich mir das jetzt alles mal rausgesucht hier bei OpenAI und da gibt es sogenannte Release Notes, die schicke ich euch auch mal vielleicht per URL, würde ich einfach sagen, bookmarken. Es ist aber auch ganz interessant, der Twitter-Account ist auch eher auf News. Es gibt aber auch einen sehr interessanten YouTube-Kanal von OpenAI und dann zeigen die halt da so ein paar Anwendungen, ja? Das ist nicht aktualitätsbezogen, aber da zeigen die halt mal so auch so, wie sagt man so, crazy shit wie eine Roboterhand, die mit OpenAI-Unterstützung dann den Rubik's Cube löst, ja? Und ja, das bringt uns alle nicht weiter, ist aber trotzdem cool, ne? Das heißt also, wenn man so Anwendungen mal sehen möchte, ist der YouTube-Kanal super und LinkedIn ist nicht so top aktuell, also ich würde die Release Notes und Twitter oder X heißt es ja, X, sorry. X, ja. Wir haben auf jeden Fall pickepacke volle Shownotes heute. Wir verlinken euch natürlich alles, also keiner muss jetzt hektisch schnell sich mit dem Kugelschreiber irgendwas auf die Hand schreiben, Nein, kein Alarm. Alles in den Shownotes, alles für euch verlinkt zum Nachrecherchieren. Alexander, einen Ausflug raus aus dem Büro unseres SEOs würde ich mit dir gerne noch machen. Und zwar nehmen wir den SEO gleich mit und setzen uns zu unserem Google Ads Profi. Und die zwei sollten sich ja schon auch austauschen, denn ich kann aus meinem Google Ads Konto schon auch spannende Rückschlüsse für meine SEO-Strategie ziehen. Das ist jetzt nichts Neues, dass sich die zwei austauschen sollten, der SEO und der SEA. Aber jetzt sitzen nicht nur die beiden am Tisch, sondern auch noch Chat-GPT. Und hast du uns da auch noch ein Case mitgebracht, wie wir das so ein bisschen so, ja, Silos auflösen und Google Ads mit SEO ein bisschen zusammenarbeiten lassen können? Also es gibt, ich glaube, es gibt so zwei Aspekte. Das eine ist, es gibt, wenn man jetzt diese ganzen Verknüpfungen macht zwischen Search-Konsole und Google Ads, damit kann man sich nebenbei schon mal so einen ganzen Tag was beschäftigen, mal alle Systeme untereinander zu verknüpfen. Aber wenn man das gemacht hat, gibt es beispielsweise einen total interessanten Bericht, der aber, glaube ich, gar nicht so oft angeschaut wird. Und zwar, glaube ich, heißt der bezahlt und organisch. Und was man in dem sehen kann, ist beispielsweise, oh, das sind meine Suchbegriffe. Und hier bin ich mit meinem organischen Listing, also mit Patrick und ich, haben einen guten Job gemacht, haben ein gutes SEO gemacht, bin ich erschienen und bezahlt. Aber dann gibt es natürlich auch die Kombination, wo ich sage, ja, bezahlt, aber nicht organisch. Und dann wüssten wir als SEO sofort, oh, da könnten wir eigentlich drauf optimieren. Gibt natürlich auch genau den umgekehrten Fall. Bin ich mit meinem organischen Listing erschienen, aber buche keine Anzeige. Das wäre so ein ganz unmittelbarer Fall, den man vielleicht auch sich mal ein bisschen analysieren kann. Gibt aber auch vielleicht die Möglichkeit, dass man hier reingeht und sagt, ich gehe jetzt rein und versuche mal vielleicht nach einer bestimmten Systematik Google Ads Skripte zu schreiben. Das habe ich fairerweise noch nicht getestet, aber das ist ja eine dieser Stärken. Das würde auch schon davor mit den anderen Versionen gehen, das würde auch mit der kostenlosen Version gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt immer ein bisschen geringer, dass das so funktioniert, weil ich halt sofort in hier einen Bereich reinkomme, der eben sowas kann wie JavaScript und verschiedene Programmiersprachen. Und das ist das eine und worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, heißt ja dann auch immer das Ganze zu visualisieren. Also nicht nur einfach Daten zu analysieren und sagen, ach, ich habe mal eine schöne Tabelle, sondern jetzt darüber zu reden und sagen für hier Kollegen und Kolleginnen zu sagen, ach, ich visualisier das mal schön. Und da vielleicht auch so ein Tipp, wenn ich jetzt sagen würde, wie kann man Daten visualisieren, würdet ihr wahrscheinlich sagen, Balkendiagramm, Kreisdiagramm. Und so sitzen wir auch oft davor, aber ich finde eine ganz besondere Stärke, das ist, glaube ich, eher allgemein, nicht schwerpunktmäßig der Code Interpreter, aber zu sagen, ach, ich habe mal hier ein paar Daten, bitte guck dir mal drauf, hier zum Beispiel aus dem Google Ads Bereich, welche Ideen hast du diese zu visualisieren? Also gar nicht immer so hinzugehen und sagen, mach da mal ein Balkendiagramm raus, sondern sag mal, wie könntest du das visualisieren? Und dann kommen dann gleich irgendwie fünf Vorschläge und sagen, ach, du kannst ein Balkendiagramm, ein Säulendiagramm, sag, okay, wusste ich. Und dann kannst du ein Violindiagramm rausmachen. Und dann denkt man sich, boah, was ist denn das? Und dann sagt man halt nur, stellen wir das mal als Violindiagramm dar. Oder also wirklich ganz unübliche Visualisierung. Und deswegen auch so ein Tipp, vielleicht, wenn ihr da was macht und nicht sicher wisst, was kann ich analysieren oder visualisieren, einfach mal fragen, was könnte ich denn eigentlich mit diesen Daten mal so machen? Fantastisch, ja. Fast beunruhigend, oder? Also, das ist ja letztendlich auch, wie wir es ja schon immer eigentlich machen im Online-Watting, datengetriebene Entscheidung. Jetzt haben wir auch datengetriebene Inspirationen der Datenvisualisierung oder auch generell, wie ich mit den Daten umgehe, was mir auch unglaublich hilft, weil liegt mir das Coden? Nein. Kann ich mich dadurch aber entsprechend orientieren lassen. Das haben wir ja auch in anderen Formaten, Alexander, immer die drei O's, ne? Orientierung, Orientierung, Orientierung. Ich glaube, das hilft uns hier wirklich enorm. Und das kann ich immer nur bestätigen. Und ich finde es bewundernswert, Alexander, bei all den Release Notes, die ein Open Mail raushaut, dass man da mit einer gewissen Ruhe rangeht und für sich diese Fallanwendung herauszuarbeiten. Ich glaube, das ist gerade die größte Kunst, weil wir werden von überall gerade entsprechend mit Informationen zugeflutet. Sarah, du kennst das auch aus dem Content-Marketing. Jetzt ist es aber tatsächlich eine Innovationsflut, die uns gerade widerfährt. Deswegen bin ich da, Alexander, sehr, sehr dankbar für dieses sehr aufgeräumte und klare Vorgehen und auch dieses ehrliche Kommunizieren, dass du auch gerade mitten in diesem Experimentierstatus, in dieser Phase bist. Und das macht ja unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, ich kann da draußen in Unternehmen nur, nur, nur raten. Wir hatten da ja auch mit dem Olli-Sara eine sehr schöne Vorgänger-Episode, dass wir halt wirklich abteilungsübergreifend über alle Mitarbeiterinnen hinweg diese Innovationskultur weiter vorantreiben müssen. Ja. Wir müssen uns halt einfach auch diese Zeit nehmen. Ich meine, der Alexander hat es gerade gesagt, bevor wir jetzt uns hier getroffen haben, zur Aufzeichnung dieses Podcasts, hat er ausprobiert. Und die Zeit muss man sich nehmen, weil wenn du dich nur darauf verlässt, dass jemand anders dir spannende Cases vorstellt, dann bleibt vielleicht genau der Case, der deine tagtägliche Arbeit wahnsinnig erleichtert. Der bleibt einfach unentdeckt. Und das wäre halt super, super schade. Und das Schöne ist, wenn du mit einer konkreten Fragestellung reingehst, das ist der absolute Traum. Überleg mal, was willst du denn wissen? Was interessiert dich? Was kannst du vielleicht jetzt aus einer Tabelle noch nicht ablesen aus irgendeinem deiner Tools? Und sagst, aber eigentlich würde mich das wahnsinnig interessieren. Und dann suchst du, wie der Alexander gesagt hat, ob da irgendwo so ein Download-Button ist und du ziehst die Daten einfach mal raus und hast jetzt einen Sparrings-Partner in Form des Call-Interviewers von Chat-GPT. Und das finde ich großartig. Und irgendwie driften wir gerade schon so ein bisschen Richtung Ende der Episode. Und wir machen das jetzt ganz unüblich, wie wir es sonst machen. Ich sage euch jetzt nämlich, dass ihr diesen Podcast und auch alle 103 vorherigen grandiosen Podcasts in allen gängigen Podcast-Portalen hören könnt und bei YouTube sehen könnt. Hat euch die Episode gefallen? Freuen wir uns wahnsinnig über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und der Alexander, auch wenn er schon öfter zu Gast war, warne ich ihn vorsichtshalber vor. Ihm gehören die letzten Worte dieses Podcasts. Und vorher schicke ich euch zum Patrick und sage vielen, vielen Dank, Alexander, für diesen mega coolen Input und diesen extrem prall gefüllten Shownotes mit den ganzen Links. Ich schicke euch zum Patrick. Und nicht nur die Shownotes, sondern die Folge an sich haben auch wieder ihre Fünf-Sterne verdient. Also über die genannten Plattformen, die Sarah gerade aufgezählt hat, freuen wir uns auch immer über eure Bewertung. Das hilft uns natürlich in der Reichweite und auch ein bisschen der Motivation, klar. Also gebt da gerne eure Bewertung und auch super gerne auch in den Kommentaren auf YouTube zum Beispiel weitere Themenwünsche. Was wollen wir noch entsprechend für Themen betrachten? Da sind wir immer sehr, sehr dankbar. Und ich danke dir, Xander, für die Betrachtung wieder auf das neue Feature von ChatGPT in Form des Code Interpretors und deinen Fallbeispielen ganz konkret fachabteilungsübergreifend dargestellt. Von daher, ich bin wieder schlauer. Wir sind wieder schlauer. Xander, ganz lieben Dank. Ich habe jetzt die letzten Worte. Wir haben ja eigentlich gesagt, es gibt ja eigentlich so ein Dreiklamm, die richtigen Fragen stellen, die Fragen richtig stellen und den Outcome, also das, was da rauskommt, eigentlich zu überprüfen. Jetzt weiß ich so aus meiner Erfahrung von vielen Seminaren, dass Leute immer oft sagen, okay, welche Fragen stelle ich? Und das eine ist, habe ich als kleinen Tipp gegeben, einfach mal ChatGPT-Fragen, so als Brainstorming-Partner. Welche Modelle gibt es abseits von AIDA? Und dann rattert das auch. Ich habe noch so einen zweiten kleinen Tipp, dass ich ein Wahnsinns-Tool finde, das ist der sogenannte Y-Bot. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber beim Y-Bot kannst du so eine Frage stellen, wie zum Beispiel, why did my e-commerce revenue drop? Und dann fängt das eigentlich an wie so eine, das sagt man so eine Treiberanalyse und sagt, okay, es könnte sein, dass sich die Marktbedingungen verändert haben. Warum haben sich die Marktbedingungen verändert? Und dann fängt er an, so ganz viele Fragen zu layouten und das könnte ja eine tolle Basis einfach mal sein, weil man so nicht so ganz sicher ist, was könnte ich mal fragen, einfach mal so initial diesen Y-Bot zu nehmen und den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes und das ist grandios, dieses Tool. Basiert natürlich auch auf AI, hat nichts mit ChatGPT zu tun, hilft aber sich Inspirationen für Fragen zu holen. Sagt Alexander Holl beim 121-Stunden-Talk. Musik 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 Musik